EISBAR LAS VEGAS Hier ist Nihil, es ist schweinekalt, hier minus 5 Grad und wir haben hier, Nihil hat hier so einen Mantel an, sonst würdest du hier erfrieren. Und dann bekommst du hier auch noch, hier ist ein Eisbär, ein Eisbär hier. Dieses Glas ist aufs Eis. Ich hab hier ein Glas in der Hand, das ist also flüssig aufs Eis. Und dann ist jetzt diese Handschuhe dazu. Das ist also eine Handschuhe. Kann man hier rumlaufen, kostet für zwei Leute über 100 Euro Eintritt und du kriegst nur zwei Drinks abkaufen. Schweineteuer. Du kannst waschen, das ist lange, aber wenn du nur zwei Drinks abkaufst, wirst du 100 Euro los. Ein Eisbär. Eine Eisbär. Es wird also ein Gefrierschrank in die Mons hier befriert. Ein richtiger Gefrierschrank. Ein Gefrierschrank. Schweinekalt ist es hier. Eine Eisbär. Alles aus Eis. Das befindet sich im Runetien Casino. Englands Mega. Also musst du in das Casino rein, dann kannst du hier hingehen. Zahlt vorher deinen Eintritt. Kriegst dann jedes Trink. Es gibt verschiedene Sachen. Jetzt ist alles blau, das ist der mittlere Eintritt. Also jeder hat hier pro Person 50 Euro bezahlt. Kriegst dann einen Trink. So. Die haben schöne Huskies hier. Gucken wir uns mal die Huskies hier an. Ui. Guck, hier ist hier an die Husky. Alles aus Eis hier. Alles aus Eis hier. Oh Gott, Eisbär. Eisbär. Das ist die teurere Kleidung. Da zahlst du dann noch mehr Eintritt. Du kriegst noch Zellmantel. Ja und hier wird natürlich starker Alkohol serviert. Wenn du ihn haben willst. Alles Eis. Da hat jemand sein Glas gehen lassen. Der Kellner harte Trinks hier natürlich. So. Draußen hat es 40 Grad. Jetzt minus 5 Grad. Hier drin. So. Mein Glas ist hoffentlich noch da. Ja. So. Jetzt füllen wir uns mal Eintritt. Oieieieieiei. Wie Eintritt. Die Kampagne. Ja. Wenn kommt ihr noch drauf. Dann verabschiedeln wir wieder mal. Mit dem freiklauen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017